Hallo, mein Name ist Axel Bayer. Ich betreibe ein mittelgroßes Steuerbüro in Trier und suche Verstärkung. Für unser Kerngeschäft im Bereich der Steuerberatung suchen wir Steuerfachangestellte, Steuerfachwerte, Bilanzbuchhalter und Gleichqualifizierte. Hallo, mein Name ist Marcel. Ich arbeite sehr gerne mit Herrn Bayer zusammen. Ich schätze seine Zuverlässigkeit und seine professionelle Unterstützung. Unsere alteingesessene Kanzlei mit zehn Mitarbeitern befindet sich in Trier und ist sehr verkehrsgünstig gelegen. Parkplätze erwarten Sie hinter dem Haus. Sie können uns nicht nur verkehrsmäßig sehr gut erreichen, sondern Sie können bei uns auch machen, was Sie wollen. Sie können nicht nur Ihr Arbeitsgebiet frei festlegen, sondern auch Ihre Wochenstundenzahl sowie den konkreten Dienstbeginn und das Dienstende. Wenn Sie möchten, können Sie auch von zu Hause aus arbeiten. Überstunden werden weder angeordnet noch erwartet. Benefits können individuell vereinbart werden. Wenn Sie möchten, wird Fortbildung sehr gerne unterstützt. Die Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg sind nach Ihren Wünschen uneingeschränkt. Mit allen unterschiedlichen beruflichen Werdegängen lässt sich immer ein gemeinsamer Nenner finden. Wichtig sind Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Genauigkeit. Auch wir als Kanzlei entwickeln uns ständig weiter, sowohl durch Ihre Initiative als auch durch externe Beratung. Guten Tag, mein Name ist Daniel Fesconi von der Firma Spektrum Computersystem aus GmbH. Ich kümmere mich um aktuelle e.v. und Digitalisierung. Wir unterstützen Sie auch dabei, die Schnittstelle zwischen der digitalen Lösung beim Mandanten und der Kanzlei zu bewerkstelligen, sodass Ihr Alltag so angenehm wird wie möglich. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, klicken Sie auf den Link, beantworten Sie ein paar Fragen und ich melde mich sofort bei Ihnen.